Warum du als Immobilienmakler keine Leads kaufen solltest. Leadkauf kann dich im wahrsten Sinne des Wortes ruinieren. Und warum das genau so ist, das klären wir jetzt genau hier in diesem Video. Und zwar möchte ich dir zuerst mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar vor anderthalb Jahren habe ich mit einem Kunden von mir, einem Teilnehmer gesprochen. Im ersten Gespräch habe ich ihn gefragt, wie generierst du denn Verkäufer und wie akquirierst du die? Und dann kam die Aussage, ja ich kaufe Leads. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel Umsatz machst du denn? Und dann sagt er, ja so 200.000 Euro macht er an Umsatz. Und er sagt, wie viel Prozent deiner Leads kommen denn über Leadkauf? Und dann sagt er, nahezu 100 Prozent. Ich sage, okay, super, wie viel gibst du denn ab? Wie viel Prozent zahlst du an den Leadkäufer? Und das waren zwischen 30 und 50 Prozent. So, und wenn wir uns das jetzt mal genau ausrechnen, bei 200.000 Euro Umsatz, die der Makler macht, der aber bei Alleinauftrag machen, also im Einkaufsprozess und dem gesamten Verkaufsprozess eine Immobilie zu verkaufen ist Arbeit, ist wirklich Aufwand. Und das ist der größte Teil in dem ganzen Job, weil es ist eben nicht einfach nur Tür aufschließen und dicke Provision kassieren, sondern wenn man es wirklich gut machen will, dann ist das wirklich Arbeit. Und es ist ein Handwerk, es ist Präzision, Genauigkeit und vor allen Dingen braucht es Zeit. 100.000 Euro, also bei 30 Prozent wären es 60.000 Euro bis hin zu 100.000 Euro Provisionsabgabe für den Leadkauf. Und dann war meine Frage, hey, wer kennt dich denn an deinem Standort wirklich? Wie bekannt ist deine Marke? Wie gut bist du positioniert? Wie viele Verkäufer kommen von alleine auf dich zu, weil sie dich kennen, weil sie deine Arbeitsweise nachvollziehen können und weil du ein Immobilienmakler bist, der an deinem Standort bekannt ist? Dann sagt er, zero, null. Also keiner kommt von alleine, sondern alle kommen nur über den Leadkauf. Und das ist eine Bankrotterklärung. Wenn du 60.000 bis 100.000 Euro ausgibst in einem Jahr, und das ist ja noch nicht wirklich viel Umsatz, 200.000 Euro, dann fehlen dir 60.000 bis 100.000 Euro für dein eigenes Marketing, für deine eigene Positionierung, für deine eigene Brand. Und dann musst du dich doch nicht wundern am Ende des Tages, wenn du keine Leads von alleine generierst. Also das ist nicht nur ein Trugschluss, sondern auch schon die Betrachtung darauf, ja, dann muss ich ja erst zahlen, wenn ich das Ding verkauft habe. Hey, das ist aber schön teuer. Für diesen Move musst du richtig tief in die Tasche greifen. Und das macht null, gar keinen Sinn. Ich habe gerade eben heute noch in meinem Live-Call mit einem Starter, mit einem Newcomer gesprochen, der eine einzige Aktion gemacht hat, eine einzige Aktion aus meinem Coaching-Programm und hat drei Alleinaufträge gezeichnet. Drei Alleinaufträge von Menschen, die auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben ja von dir was bekommen, wir finden das cool, wir wollen unsere Immobilie verkaufen. Drei Alleinaufträge und das in einer einzigen Woche und das von einer einzigen Aktion. Der Punkt ist, wenn man Leads kauft, dann ist das eine Bankrotterklärung an die eigenen Fähigkeiten. Oder man sucht eine Abkürzung, man versucht es einfacher zu haben. Es ist es aber nicht, weil jetzt musst du dir ja mal ausrechnen, wenn du diese 60.000 bis 100.000 Euro einmal runterrechnest, was kostet dich ein einzelner Kunde und du würdest das jetzt entsprechend in eigene Marketingaktivitäten investieren, dann hat das ja einen multiplen Nutzen. Also wir sagen auch multiplen Return on Invest. Nicht nur, dass du durch deine eigenen Aktivitäten, für die du jetzt sehr viel Geld zur Verfügung stehen hast, investieren kannst, um dadurch Leads direkt zu gewinnen, also Verkäufer. Aber auf der anderen Seite stützt du auch damit deine Bekanntheit, deine Brand. Und was kann denn nur das Ergebnis sein? Das Ergebnis kann nur sein, dass du Kunden dadurch gewinnst. Und auch das Argument, ja du musst das ja vorher investieren, ja dann frage ich mich, 60.000 bis 100.000 Euro gibst du ab, dafür, dass du vorher mal ein paar tausend Euro in die Hand nimmst, wenn jemand als Makler keine paar tausend Euro hat. oder mal im Kleinen erstmal anfängt, geschickt und vernünftig seine Brand aufzubauen. Und wenn du bei mir im Coaching bist, dann lernst du es auch, wie du erstmal ohne Geld, also ohne Geldeinsatz, Kunden gewinnst, also Objekte akquirierst, um dann schrittweise, Schritt für Schritt auch dann letztendlich in eigenes Marketing zu investieren. So, das war das eine. Das zweite ist, jetzt könnte man ja kommen und sagen, ja, also Provisionsabgabe finde ich ja doof, ich kaufe meine Leads für einen festen Preis, zwischen 3, 4 oder 500 Euro, ja und schlag mich dann lieber mit drei verschiedenen Maklern oder mit zwei weiteren Maklern um den Auftrag, ja. Auch hier hast du Geld investiert ohne eine eigene Positionierung, weil die Positionierung der Lead-Verkäufer macht. By the way, sei hier erwähnt, dass mehrere Lead-Käufer, Verkäufer gerade ziemlich ins Schleudern gekommen sind, ja. Also die Firma Real Best zum Beispiel oder auch Home Day, ja, ich will jetzt hier gar nicht zu tief gehen, aber schaut bitte in die Nachrichten rein. Ich sag's euch Leute, das ist der falsche Weg. Das bedeutet also nichts anderes, auch Leads zu kaufen zu einem festen Preis ist nicht der richtige Weg, weil wenn du 300, 400 oder 500 Euro ausgibst für einen Lead, dann kannst du es auch in eigenes Marketing investieren, weil du musst ja auch Mindestmengen abnehmen, ja. Du hast Schrott-Leads dabei. Die hast du, wenn du es selber machst, auch. Nur, du hast den Kontakt auf deiner Seite, ja, und dieser ist wertvoll und du hast die Brand. Was meinst du denn, wie viele Menschen durch eigenes Marketing mitbekommen, dass du ein guter Immobilienmakler bist und letztendlich vielleicht nicht heute verkaufen wollen, sondern erst in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr. Also es spricht keinerlei Argument dafür, Leads zu kaufen, sondern es spricht ein Argument dafür. Erstens, kümmere dich um dein Marketing. Lerne, wie Marketing funktioniert. Lerne, wie Objektakquise so funktioniert, dass du dich als eigene Marke etablierst. Denn zwei Dinge, und die werde ich immer wiederholen, weil sie die zwei entscheidenden Dinge sind, woran erkenne ich, dass du der richtige Makler für den Verkauf meiner Immobilie bist. Erstens sehe ich das an der Person, weil du als Person mir sympathisch bist, weil du als Person kompetent bist und ich glaube, dass du der Richtige bist. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist es die Arbeitsweise, die du hast, die sich unterscheidet von anderen. Arbeitest du genauso wie andere, wird dir das gleiche Schicksal blühen wie das der anderen. Also arbeite auf einem hohen Niveau, auf einem Expertenlevel und mach deinen Job professionell. Dann hast du die zwei wichtigsten Voraussetzungen, um ein cooles Business aufzubauen. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann einfach mal einen Kommentar hier drunter setzen oder gerne auch mit uns interagieren. Finden wir super cool. Lass ein Abo da, ganz wichtig, damit du keinerlei Videos mehr verpasst, weil wir jede Woche immer wieder neuen Content hier herausgeben. Und selbstverständlich hast du die Möglichkeit, wenn du mehr erfahren willst, wenn du dein Business aufs nächste Level heben willst und als Makler wirklich draußen wahrgenommen werden willst, eigenes Marketing betreiben willst, dauerhaft ein cooles, funktionierendes Business aufbauen möchtest, dann buch hier unten in der Infobox dein kostenfreies Erstgespräch und wir gehen gemeinsam auf deine Situation ein, schauen, wie wir dir helfen können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Folg uns natürlich auf den sozialen Medien, TikTok, Facebook, Instagram und wo sonst noch überall. Und alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir. Und alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir.